Servus zu dem Livestream, der dank unserem guten Mobilfunknetz natürlich kein Livestream ist, aber ich habe einiges für ihn. Jetzt kannst du theoretisch einen Truck zusammenbauen, dann können sie nämlich dort und dann die Wäsche wieder raus. Nein, also ich denke, das ist eigentlich ganz gut geworden, bis auf das, dass es schon wieder verstaubt ist. Aber der Plan ist, dass ich jetzt über Pfingsten dann, übrigens schöne Pfingsten auch von mir, das Fahrgastell so weit zusammenkriege, dass auch der Karwebäum schon drin ist, also Karwebäum liegt da am Boden, der ist unvollständig, Pneumatikbäum und so weiter, da muss man auch noch ein bisschen was machen, von der Prestreifen, da steht auch noch was, zeige ich Ihnen gleich. Also da ist schon noch einiges zu machen, aber es ist quasi auch langweilig. So, ich will gar nicht vorgreifen, weil ich sitze erst bei Neues von meinem Betrag 3. Die nächsten Videos habe ich zum Teil schon vierte geschnitten, will ich aber noch bringen. Ich habe heute leider bloß so ein einfaches Video bringen können, weil ich unterwegs war und das Laptop in der Schule außen haben. Längere Geschichte, am nächsten Fall, ja, Bremsleitungen schon neu gemacht und so weiter. Ich denke, das passt, wenn einer für eine Adresse hat, wir sehen, ich meine Schatten, ja, die dauern das hin. Ob ein Blatt mit meinem Bruder dran kommen, wenn wir noch fest raufen, und so viel ist das gar nicht mehr. Allerdings gibt es natürlich immer ein Problem. Das Getriebe ist ja in der Schule, also in Tristow formatend, wenn wir da ein technisches Projekt mitmachen, das ist auf dem Prüfstand, ja, Tank haben wir nicht ausgestellt, wenn man dem auch nicht sieht. Die Arbeit hat immer gespart, dafür haben wir ihn aber gescheit entrostet und sauber lackiert. Ich denke, das passt so auch. 135 Liter übrigens, der ist also ein bisschen größer, weil bei den kleinen Seitenschalter bis zum 900er quasi. Neue Schleich, alles ist schon da, wenn wir bloß noch zusammenbauen. Ähm, Getriebe kommt also erst Ende Juli, Anfang August wieder zurück, dann bauen wir das ein. Und, äh, ja, an der Kupplung, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich will es einmal trotzdem zu legen. Ausrücklage neu, aber siehst, glaube ich, passt das. So, und ich weiß noch nicht, was das ist auf dem Holz, weil jetzt ist sowas lackiert halt, aber ich bin da dann zufrieden mit dem, mit dem Dickschichtlack. Ähm, braucht man nicht grundieren, ist jetzt in Phosphatgrundierung integriert. Ähm, ich mach halt jetzt überall, weil ich nicht lackieren könnte, dann noch nachlackieren. Aber der steht jetzt unten schon, ich glaube, zwei Wochen. Und der Lack ist inzwischen also echt super geworden, würde ich sagen. So, gut. Dann hoffen wir, dass die Achsen gut sind. Achsschenkelreparatur wird ein großer Teil in den kommenden Videos werden, weil der Achsschenkel unten war so kaputt, der hat mich richtig auf den Trab gehalten. Aber, jetzt passt wieder alles. Der Motor ist vierter überholt, auch da will ich gar nicht vorgreifen. Da schimpft es mich bestimmt auch noch, das seht ihr dann. Einspritzpumpen, alles ist schon dran. Passt. Die Kabine ist auch schon wieder da. Äh, ja, und dahinter ist mein neuer Wender, den wir Ihnen jetzt auch schnell zeigen. Die Kabine ist da, aber da müssen wir den ganzen Kabelbäum noch neu machen. Ja, das bringt uns der an und das wäre ja wild. Und, ja, der Kabelbäum und Heizung ist auch undicht, weil wir auch neu machen. Also, der Plan ist am besten Fall, dass wir da jetzt irgendwann im Sommer, Herbst sowas vierter werden. Zum Maisselieren werden wir noch nicht hernehmen können. Schauen wir mal, was sich da dann ergibt. Da ist mein neuer Wender, den habe ich jetzt endlich gewaschen, abgeschmiert und ein paar Sachen gekriegt. Aber viel war es gar nicht. Endlich kann ich sagen, ich bin jetzt auf Glas aufgestiegen. Wobei das eigentlich ein Bautz ist. Also der kommt noch aus Saulgau. Und, ja, gefällt der einfach mit der Farbkombination und der Bauweise. Das passt optimal zum Vieröfer. Da schauen wir jetzt auch gleich hin. Ja, und dahinter habe ich noch ein neues Projekt gekauft. Weil, heißt es immer, ja, die halten doch keine 300.000. Nein, da habe ich einfach einmal jetzt über 300.000 gekauft. Na, freund schon. Jetzt kann ich einen einfach kaufen. Der war natürlich saubillig, sage ich einmal. Also, dann kann ich mir wieder eine Maschine für ihn auch nicht mehr kaufen dann. Haha, und das war kein Abstieg. Dann wollen wir Ihnen aber noch was zeigen, was da im Strahl drin liegt, so heu wird. Ich wollte doch eigentlich einen Turbo drauf bauen. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ja, ja, Turboumbau heben wir uns viel später auf. Ähm, machen wir erst einmal so. Der hat nämlich auch einen schönen, schönen röhrigen Sound. Und, da dann liegt noch ein lackiertes Tier. Ihr seht schon, das ist die, die mir nicht so gut gelungen ist. Die will halt total hinfahren. Aber man sieht nicht, dass da unten was reingeschweißt worden ist. Denke ich einmal, das ist eigentlich recht schön geworden. Bis auf das in der Mitte. Da bin ich dran, weil es da jetzt eine Nachfertigung gibt, ähm, dass man da dann sich eine Türhaut aufzwingt und draschweißend. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wir schauen jetzt noch schnell da rein, weil irgendwas zeigen wir. Und dann gehen wir zum Mock. Aufstiege, auch schon vierte. Geil da vorne, ist ein neues gekommen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Aber da haben wir jetzt einen Hydraulikkasten quasi. Ich weiß nicht, mach ich jetzt das Zau oder lau ich das drin? Das ist wahrscheinlich eine Schweizer Nachrüstung. Gehört ja auch irgendwo zu der Geschichte von dem Truck. Und so schlecht ist der vom Lack her noch gar nicht. Originale Aufkleber noch drauf. Wenn ich jetzt das Zau schweiße, muss ich den kompletten Deckel noch lackieren. Hm. Alex, das muss ich da noch lackieren. Aber jetzt gehen wir zum Mock. Ja, den habe ich da weit hingestellt, dass ich mit der Press schon absprechen kann. Weil wir hoher anfangen. Den will ich immer noch abschmieren. Aber zumindest bin ich schon am neuen Reifen dran. Weil mit dem porösen Drumfall nicht umeinander. So als Oberlohner, ne? Ja, und dann schauen wir mal, dass wir hoher ein paar Meerballen pressen. Aber bis heute läuft die wunderbar. Ich denke mal, da kann eine echte Frau drum sein. Ja. Gut. Ja. Dass die Pfegel nicht so drauf da unten, ne? So. Also mit dem Mock war ich ja letztens beim Ackern. Das läuft super. Das hat schon gesehen, eh ist erst der Öldrucklampen angegangen. Weil ich lade ihn mit dem Anlasser ein bisschen da, bis der Öldruck da ist. Das dauert nicht lang. Zwei, drei Sekunden. Vor allem, wenn er halt zwei Wochen gestanden ist, denke ich mir, ist das gut. Und danke an den Tipp. Ich habe jetzt eine 4 Watt Lampen rein. Das langt also, dass die Lichtmaschine erregt wird. Und ich brauche keinen Gasstoß, dass die ausgehen, die Lampen. Top. Also da kein 2 Watt, sondern ein 4 Watt rein. Super. Standgas neu eingestellt. So lassen wir ihn aber natürlich nicht laufen. Weil da ist der Öldruck einfach wenig. Aber hört sich nicht schlecht an. Ja. Und da dann Sitzbezüge. Die haben ihm da fast nichts gekostet. Dann habe ich sie halt mitgenommen gemäßt. Und das ist natürlich schon einmal besser, als das vorher. Und jetzt geht's auf zum Pfingstfest Hetzenbach. Da ist heute Altheimertreffen. Gebt's vorbei, Fahrzeug und Mokau. Bringt das Fahrzeug mit. Dann kriegt sie selbst so viel. Habe ich gehört. Deswegen können wir jetzt auch nicht ewig schmerzen. Aber immer ab. Ich darf da einweisen. Ich habe jetzt noch einen Ruhm vom Kombipresse dran lassen. Falls sich jemand festgefahren hat, haben wir eine Sperre. Ich wollte einen Bender mitnehmen. Dass wir einfach gerät dran haben. Weil letztes Mal ohne Presse, wo man auch gehabt hat. Es war richtig schön zu gesparen. Haben uns nicht gleich gefreut. Aber dann habe ich ja das Auto da vor dem Wender hinstellten meist. Jetzt kann ich den Wender mitnehmen. Sodala. Scheitengen Park da. Und worum ist der untergelegt? Bremsgeld. Ja. Aber. Ich möchte auch nicht, dass mir die Handbrems fest wird. Also wenn der da ewig steht. Leider. Wenn ich in der Schule vor bin. Dann möchte ich nicht, dass die Handbrems fest wird. Und darum wollen wir es halt auch so. Sodala. So fokussieren. So Dala. Ich hoffe Ihnen das Video soweit ein bisschen Spaß macht. In nächster Zeit kommen einige. Für mich zumindest. Schöne Videos. Das heißt, dass wir sicher eine Livestreams machen müssen. Gibt es in Zukunft fast nicht mehr, denke ich mal. Ich mache mir aber einen richtigen Livestream. Ich bin Ihnen gleich immer noch dem zum 30.000er schuldig. Wenn wir dann eine Verlosung machen. Ich habe aber immer noch keine neue Collection mit meinem Betrag drauf auch entworfen. Also das kommt. Und dann kommt das auch. Versprochen. Aber was kommt in nächster Zeit? Acker mit dem Vieräufer. Pressen mit dem Vieräufer. Vieräufer, ja, so noch ein bisschen was. Dann natürlich von meinem Betrag. Neues vom Truck. Vier. Bis ungefähr. Ich schätze mal insgesamt. Während des so acht Jahre bis zwanzig Folgen. Momentan bin ich bei der dreizehnten oder vierzehnten. Je nachdem, wie es dann schneit. Also das bleibt spannend. Und letztens war ich mit der Feuerwehr Lauburg. Am Oster anmaten. Mit dem Feuerwehr Ohnemark. Das kommt dann noch im Fall jetzt demnächst. Weil mit der Feuerwehr Sand. Die haben wir noch den gleichen. Aber die Lauburgerer ist ja. Ich komme ja von Lauburg eigentlich. Darum will ich das Video mit Ehrenmach schon vorher bringen. Aber ist ja dann auch ziemlich bald die Einweihung von Ehrenmach. Neue Feuerwehr Ohnemark. Die haben wir auch eingeholt. Da machen wir vielleicht einen Livestream vom Treffen. Wenn wir schauen. Dann geht es weiter. Altheimertreffen im Bullendorf. Da kann man auch einen Livestream machen. Könnt ihr auch vorbei. Da fahre ich mit dem hier. Und dann denke ich einmal. Ist es gar mit dem Treffen. Meinerseits. Weil ich keine Zeit mehr habe. Dann geht es Pressen los. Und Praktikum und so weiter. Wird interessant alles. Ich wünsche euch am Neuenfall ein gutes Jahr. Macht was draus. Und wie gesagt. Jetzt kommt ihr auf Hezenburg. Servus. Dann geht es. Dann geht es. Dann geht es.